Hallo zusammen! Auf Wunsch ein kleines Video, wie die Pearl Bassflötenstütze für die rechte Seite funktioniert. Also, Flöte befestigt, ihr seht es am Rohr. Das ist heute eine Altus Bassflöte, gestern war es eine Pearl Bassflöte. Das Stäbchen ist längenverstellbar, hier mit einem kleinen Gewinde. Zack, ich stelle es einfach auf mein Bein, auf mein Oberschenkel und kann völlig normal völlig entspannt losspielen. Stört mich überhaupt nicht, kann mich bewegen in alle Richtungen. Ein super, super Teil. Lieben Leute, 219 Euro für immer. Schmerzfrei entspannt Spiel. Das ist wirklich richtig genial. Tschüss!